Puh, das war ja blöd, mies gelaufen eben. Ah naja, solange wir leben, das war nie so schlimm. So fängst du mich ja nicht hier. So, war wohl eben bei mir. Alles kein Thema. Alles kein Thema hier. Für uns. So. Was haben wir hier? Oh. Wollen wir verbauen. Ich treffe ja nicht anders. Also, war jetzt nicht wirklich eine Glanzleistung, aber naja, egal. Gehen wieder vorbei, wobei haben wir abgeschlossen und eine jetzt. Ja. 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 Wollen wir weiter jetzt. Die können mit den keinen leider nichts anfangen. Nein. Die verlaufen sich auch immer. Aber auch immer dieselben. Wegen brauchen wir den keinen mehr reden, die sagen ihnen nur dasselbe. Ja. Ich speich' euch in dem Fall auch mal zur Abwechslung. So. Okay, weiter jetzt. Oh nein, oh nein, will ich nicht. Will ich nicht, ich gehe weiter nach Musashi. So. Okay, nach Musashi, gehen wir mal da lang. So viel ist eigentlich keine Rolle, wo wir lang gehen, deswegen gehen wir mal nach Musashi. Nach Musashi. Dann halt über Kai. Also machen wir mal einen anderen Weg zur Abwechslung. So, müssen wir hin. Ja, nur, nehmen wir nur ein paar, ein paar Bildschirme. Deswegen ist das nicht so problematisch für uns. Wenn wir noch ein bisschen aufleveln. Leider Vorteil daran. So. Und wenn wir hier. Dann gehen wir vorbei noch. Dann tu ich die wieder auch mit. Wenn ich noch gegen die kämpfen. Ja, um, ich kein Bräune, ich hab' ich so'n genug. So. Okay. Dann haben wir können da oben gehen. So. Hab' mir auch ne Abkürzung gewesen, aber... Na ja. Kann ich schauen. Weil, ich brauche... Kann ich das gar nicht mehr entnehmen? Muss ich mal gucken. Wofür ich mich denn hin? Reist doch mit uns auf der Tokaino Straße. So zeigt es Team und guten Geschmack. Ah, wie mach' ich das denn? Wir sind keine gewöhnlichen Saftenträger. Wir sind die Schnellsten in ganz Edo. Na, Iso. Da will ich ja nicht hin. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Nein. Was ist die falsche Richtung? Dann leider die falsche Richtung. Wie, was für ein Pech aber auch. Ja, wir haben einfach kein Glück, was davon geht. Na ja, müssen wir halt so mit klarkommen. Dass wir halt so den normalen Weg laufen müssen. So, sind wir trotzdem wegen Kahn angekommen. So. Wir müssen doch eh nach Chinano, ne? Nach Hida mussten wir. Ach Gott. Ja, ganz weiten Weg. So. Sehen wir da nix. Ah, wir müssen nach... Genau, nach Chinano. Den langen, langen Weg nach Chinano laufen. Na, wie das so ist... Müssen wir so machen. Da, wieder was. Ah, das war nix. Okay. Was wollen die denn? Voller Mist. Sag ich mal dazu. Voller Mist. Sag ich mal dazu. So. Voller Lick. Kein Heer für uns. Wir müssen... Geradeaus. Ja. Wir sind geradeaus. So. Ist dann halt so. Guck. Uh, Glück gehabt. Glück gehabt. Sag ich mal, haben wir mal.. Ein bisschen Glück gehabt. In dem Fall. Was ich nicht für den Explosionen der Bistchen hatte. Das mir ja auch gerne passiert. Aber.. Wir haben wohl Glück, dass es hier.. Jetzt eh nebelig ist. Und wir nix sehen. Nein, das liegt mir nicht aufm Weg. Nicht wirklich. Wobei ein Runde liegt auf dem Weg? Ja, da muss ich gleich noch hoch. Warten wir nix. Okay. Ach so, die warst du nie davon an. Ja, die Gegner sind natürlich kein Problem. Natürlich kein Thema für uns. So. Natürlich kein Problem. So. Okay. Ich habe mich auch nicht spart den Weg nach unten. Ich bin auch weggesprungen. So. Da ist nix. Aber jetzt. Hilft. Nein, wir sind gleich schon da. Ich zieh nah noch. Na. Ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Wir sind ja so neblig hier. Ich wollte schon mal. So. Ich wollte hier vonahe, ne? Ich wollte hier vonahe, ne? Ich wollte hier vonahe, ne? Wir verdienen uns Geld, Geld, Geld. Aber bald müssen wir ja einen Rio haben. So, Abwechslung mal. Handy man Rio. Hab nach Rio. Ja. So, was mach ich da? Die sind so mächtig da zugucken, wie alles an mir vorbeiflug, fliegt. Okay. So, können wir jetzt hier weiter machen. Ja, dürfen weiter nach. Wir müssen nach Hida, den langen Weg. Wir müssen nach Mino auch kurz, obwohl ich kann ja dann... Ja, Mino, ich kann ja über Hida laufen und dann machen wir auf dem Rückweg mal die Barriere kurz platt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, natürlich auch. Ah, ja. Das war nämlich ein langer, zu langer Umweg. Ah. Wobei, wir können die Barriere zerbrechen, wenn wir wollen. Ja, okay. Hö? Ah ja, was gemacht hier? Was soll das denn? Das ist noch nix. Dann war der weg. Ich bin direkt reingelaufen. Ja, meine Waffe stumpf ist. Das geht doch gar nicht wirklich gut, aber ihr habt mir trotzdem mehr Wicht. Ihr macht es jetzt extra schlecht, um mal zu demonstrieren, wie schlecht das gehen kann. Ja, ihr habt auch nicht so genau das. Keine Glanzleistung. Aber egal. Okay. Ich gehe trotzdem durch da gerade aus. Was soll das denn? Ich gehe trotzdem mal da lang. So. Hier war ich auch schon. Kein Problem. Hier geht es trotzdem mal zu dieser Barriere, um nicht zu durchbrechen. Verdammt, wir gewesen sind. Also, alles kein Problem. Wildschwein erlückt. So muss er sein. So muss er wohl aussehen mit Wildschwein. Ja, es ist halt nur ein Wildschwein. So, dann können wir mal durch diese Barriere hier durch. Endlich mal. So. Okay, super. Okay, dann haben wir hier noch nichts mehr zu sehen. Hier nochmal wieder zurück. Ja, das ist ein Land-Umweg auch. Diese paar Minuten sind auch nicht so das Problem, ne? Eigentlich. Also, das ist auch kein Problem. Ja, das ist auch kein Problem. Nein, wir müssen weiter hier nach rechts. So, dann müssen wir mal hier da oben rum. Ja, wie blöd, dass man jetzt nach, äh, zu kurzem Ende, wenn man alles machen muss, dass man nicht auf dem Weg liegt. Aber, naja, ist halt so. Ich will also fast hier wirklich auch zeigen dann im Spiel. Wenn das dann mal geht. Alle Gegner, alle Zwischenbosse und ähnliches. So. Aber jetzt sind wir hier wieder in der richtigen Richtung. Na hier, ich renne an einem Vorbeiner Zinsenzeit. Aber, das ist auch nicht das Problem. Super. Okay, und rein in die Hülle. Ja, Feinde haben wir uns warten. Was haben wir hier? Hier ist keiner. Das ist aber nichts. Also. Hey! Was wollte das denn werden? Okay! Oh ja! Irgendwas zu sammeln! Nee! Nee! Das sieht nicht so aus. Ist doch da. Gut, äh, langen Beuhe und so nicht mehr. Habe ich schon. So. Das war auch kein Problem. Also man kämpft irgendwie eigentlich nicht das Problem. Außer diese Drachen, die ich noch nicht so gut erbüßen kann. Ey! Was soll das, hm? Ihr werdet alle servist. Was ist das? Ja, das ist keine Belohnung. Klausrich sind die auch noch hier. Klausrich sind sie. Keine Belohnung. Ja, das war noch was. Da brauche ich eigentlich gar nicht. Aber das Schwert kann ich ein bisschen auffüllen damit wieder. Schwert müssen reparieren, so. Okay, dann mal gleich ein Header. Okay, ab nach Header. So, dann müssen wir noch eine weitere zerbrechen. So, wir müssen noch gucken, wo müssen wir noch ein nächstes hin? Dann machen wir jetzt die in Header. Und dann gucken wir mal weiter, wo es weiter geht. So. Okay, wo ist sie denn? Auf dem Weg in Richtung Mino. Lita ist auf dem Weg. Also kein Problem. Oh, das hat mir eine Rauchbombe. So. Okay, geht doch. Guter Problem, ja, hm? Wo ist das Thema? Hier mal untenrum. Aber du hast doch auch schon gemacht, glaube ich. Aber egal. Da. Beide Wüste auf einmal. So kann das auch gehen. So kann das auch. Wunderbar. Wir können ja nur uns Seelen sammeln, wie die Fabriere halt verrückt werden. So. Wo man hier so ist. Oh ja, jetzt schnell fangt er so schnell, dann kommen die wieder angekrochen, diese Ninjas. Keine Wolle haben wir mich. Nächstes Level? Ne, noch nicht ganz. Wir haben beide Level 63. Praktisch. Komm mal ab. Sind wir hier oben, wo man es so nimmt. Ja. Weiter geht's. So. Jetzt haben wir hier Level 360 erreicht. Okay. Ich so, das ist doch besser. Noch immer stärker werden wir sagen. Gut, stärker werden wir damit ja nicht. Warte mal. Warum hat der Stärke mehr für eine Stärke Wert? Aber ich glaube, der hat wohl keinen Einfluss drauf. Wie ich sag, ich glaube, wie es halt wirklich ist. Hängt noch vom Schwert ab. Glaube. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Jetzt haben wir mehr Lebensenergie. Das ist halt wichtig. So. Ah, hier. Einer kann ja den Wegzahn. Halt den Berg wieder zeigen. Ja, hoffentlich. Kann das. Ist ja wer. Hallo? Nein, sieht nicht so aus. Dann wohl nicht. Ja, dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Aber auch nicht schlimm. So, ja, natürlich, das weiß ich. Wir können aber hier hin. So, nächstes Mal hier erwartet bei uns. Nächstes Lager. Nächstes Mal die Lager betreten. Empfohlen Level 42 oder höher. Ja, so einfacher. Angeblich. Angeblich. Schneefrau. Oran Prozession. Aha. Das ist halt die Sagen und die Schneefrau. Ich dachte, das wären diese fliegenden Dinger. Ja, mal gucken, was die Schneefrau sozusagen hat. Ah, ah. Wo viele waren denn? Das sind ja doch alle hier. Alle Schneefrauen. Oh. Okay. Oh, Lala. Alle, Mist. Ja, das läuft, das läuft ja ziemlich gut. Machen wir mehrere Arme platt. Das läuft ja ziemlich gut bisher. Aber ich glaube, wir erwegen nur die Aufmerksamkeit von der großen Schneefrau. Ne, das war schon. Sturmhutgift erlangt. Aha. Und wir haben einen Rio. Das ging dann einfach. Überraschenderweise. Hat eben viel mehr Probleme. Das war jetzt einfach. Aber da war ich ja nix wegen. So, was haben wir hier? Wo ist denn das? Das ist toll. Sturmhutgift. Wirken Todesklinge. Leichte Erhöhung der Schank auf einen schnellen Tod. Aha. Aber ich bin mit der Regeneration ganz, ganz gut dran. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Mal gucken. Da ist so einer, aber die haben wir schon. Da ist noch eine normale Barriere. In Ovari. Naomi. Wie geht's denn, wie sieht das aus? Aha. Hm. Dann war es doch schon. Diese. Da ist nun eine weiße. Ähm, Iga. War doch nicht Iga. Da, ein Iga war noch eine. Waren nun echt nur drei zusammen? Also nur fünf dann pro Dingens? Okay, wir sind jetzt. Gehen wir hin. Wollen wir nach Ovari gehen? Da ist immer eine Barriere. Da können wir mal nach Ovari. Dann... Dann gehen wir nach Iga. Dann können wir nach Yamato. Da hab ich eh nach Iga müssen. Können wir auch über Ise gehen, ne? Also hier haben wir Mino. Ja, dann können wir glaube ich den normalen Route jetzt nehmen. Okay. Das ging jetzt mir gut. Das war für uns kein Thema. Eben. Hat mich auch überrascht. Das ging mir nicht gut. Ach, da lag aber nicht nur am Level. Das war so gut. Das war so gut klappte. Okay... Ich hab die Vanille von einem. Und mehr. Ja, wir sind reich, 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 wir haben einen Rio. So, jetzt sind wir Emino, jetzt können wir, ja, Iga müssen. Der einzige noch zu sein, was dann noch fehlt. Eine Barriere noch in Iga. Ja, egal. So, wo denn da kann man denn hin? Ja, sag mir Naomi. Vielleicht kann man ihn auch in die Ohren nehmen, wenn wir wollen. Aber ich geh jetzt über Ovari. Geh über Ovari. Wo ist Ovari? Ist auch in derselbe Richtung. Also, viel hat keine Rolle, so wirklich. Aber nun da lang geht, oder da lang. Ha? Achso. So. Und Wildswine. Ein Wildswine. Na, wenn das alles ist. Dann bringen wir ein bisschen Geld. Dann hoffen wir, machen wir so ein Wildswine. Vielleicht kriegen wir den Rest, können wir gut verkaufen. Vielleicht ist das. Was? Das ist. Ja, lebt immer noch. Das wäre meine Meinung ist, weiterhin leben zu müssen. Ne, ne. So geht ja niemand mehr her. Ah, ja. Ich hole uns eh da unten. Oh, das ist gern gesehen. Ja, die sehe ich gerne. So, jetzt gehen wir weiter in die Richtung. Ist klar. Und dann wieder weiter unten. So, jetzt können wir hier lang gehen. Nach Ovari. Und nichts los hier. Doch. Oh, alle, wir sind dann mal durch. Problem aus uns.